Und die müssen dann sitzen. Dann ist es egal, wie oft sie jetzt am Boden gestürzt ist oder wie viele Punkte sie da Rückstand auf Platz 3 hatten. Richtig. Und hier Al Miller, USA. Ja, das ist jetzt natürlich spannend, auch für die deutsche Mannschaft, die hier ums große Finale kämpfen. Zweieinhalb Schraube plus Bücksalto. Zweieinhalb Schraube, Schraube vorwärts, hat dann ein paar Probleme bei der Landung. Ja, und auch sie kommt hier dreimal rum bei der Korsakendrehung. Ja, und auch sie kommt hier. Ich glaube, sie ist halt rückwärts gehockt. Damit beendet sie dann auch ihre Übung. Ja, keine schlechte Übung, ganz gut durchgekommen bei der Einbahn, ein bisschen zu kämpfen gehabt.